So, einfach durchsprinten jetzt. Ich hab keine Ahnung. Jetzt bin ich hier. Was ist denn noch da? Scheiße, wie komm ich denn jetzt dahin da? Ach, nein. Sag mir jetzt nicht, ich muss echt hier hinten lang und dann da hoch. Fuck. Das heißt, ich hab mir den ganzen Weg hier umsonst durchgekämpft, oder was? Ich muss hier hinten wieder alles zurücklaufen, dann hier hoch, dann hier hoch und da rein, oder was? Also sprich, diesen Weg muss ich nicht gehen, oder was? Okay, das heißt, wir sind den ganzen Weg umsonst gelaufen. Ich will da wieder rein. Boah, wo komm ich denn sonst? Scheiße! Warum muss er denn überall sein? Da hinten komm ich auch nicht lang. Das heißt, ich muss da wieder durchrennen. Da rum, da lang und da hoch, oder was? Ich hab doch keine Ahnung. Wie bin ich denn hierher gekommen überhaupt? Ich bin doch hier unten gestartet, oder nicht? Äh, hier oben. Ich bin doch hier unten gestartet, oder nicht? Nein. Das ist Fertchen. So, jetzt hab ich den riskantesten Weg ever auf mich genommen, weißt du, auf coolste Art und Weise. Und ich bin hier falsch, oder was? Dafür, dass dieses Wesen eine Perfektion sein soll, von, äh, Schlag mich tot Aliens, ist es selten dämlich. Mal ganz ehrlich. Magen! Na, Schnupfe? Wie geht's? Haha, alles cool. Ciao. Das hat heute nicht so gute Laune, glaub ich. Das ist ein Grinch. Ein Weihnachtsgrinch. Äh. So, pass mal auf. Leichtfackel, Geräuschemacher, Blinkgranate. So. Werf doch diese Scheiße! Wirf die Scheiße doch! Werf sie! Ah! Ja, Küsschen! Ihr sollt die Scheiß-Blinkgranate werfen! Mann! Ich dachte, die wär noch im Raum da. Kacke! Ah, zu einem Speichersteinladen. Die Zeit sagt nicht, ich spiele das Allgrad-Minecraft. Vor allen Dingen, ähm, hier. Ich bin Stormtrooper! Yeah! Okay, pass auf, Leute. Wir sind hier. Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier, okay. Echt, ja, kacke. Jetzt kann ich den ganzen Leben jetzt rücklaufen. Die ganze Scheiße ist umsonst gespeichert. Warte mal. Äh, Ben-Granaten. So. Oh, es braucht ja fünf Stunden, bis es fertig ist, ne? Oder auch nicht. Ich fass es nicht. Das Ding will mich verarschen, hab ich das Gefühl. So, hier ist es ja schön dunkel. Hier kann ich mich verstecken. Ich glaube, ich sollte die Blendgranate erstmal wegstecken. Wo haben wir es denn? Evolver. So, pass mal auf. Wir sind jetzt wieder hier. Jetzt müssen wir runter rennen. Und dann links. Nein, rechts. Nein, links. Links ist richtig. Hier einmal komplett runter. Und dann links. Schnauze-Scheiß-Tür. Oh, die Kameras machen mich nervös, ey. Ich glaube nicht, dass wir durch den Lüftungsschacht müssen. So, pass mal auf. Das Alien befindet sich direkt neben uns. Weil es nichts Besseres zu tun hat, als genau da aufs Tauchen, wo wir sind. Schnauze. Schnauze. Du hast eh gar nicht nur wieder hinter mir auf und du schreckst nicht. Es hat mich nicht gesehen. Selten dämliches Vieh. Selten dämliches Vieh. Aber jetzt sieht es mich. Was soll denn? So, ich muss an zwei Gebäuden und dann... Ich glaube, ich laufe direkt auf ihn zu. Hör auf auf zu gehen, du Scheißteil. Hört mir nicht gesund an. Können wir hier nicht irgendwas hacken oder sowas? Das ist nicht in der Nähe. Das heißt, wir gehen weiter. Du machst zu viel Licht. Aha! Nimm das mehr so rein. Okay. Cool, yo. Scheiße aufnehmen hier. Ist das Alien immer noch hinter uns her oder... Sind wir jetzt erstmal ein bisschen safe? Ist das überhaupt... Zu primärm Pflegebereich? Okay. Erstmal safe mir die ganze Kacke hier. So! Haben wir die Kacke auch mal geschafft hier. Ja! Ein paar coole Aktionen waren jetzt schon mit dabei. Oder man sich da raus. Und wir können hier. Und wir können da's damit nach... Vielen Dank.